Hallo meine YouTube-Freunde, der magische Moment ist gekommen. Dank euch habe ich die 100-Abo-Marke überschritten. Die letzten Monate habe ich natürlich mit meinem Stunt-Team zusammengesessen, um dieses Manöver zu planen. Wir haben fast zwei Wochen damit verbracht, diese riesengroße Abschussrampe für meinen Stunt aufzubauen. Natürlich habe ich die besten Mechaniker, Statiker, Choreografen und Filmer auf diesem Planeten zusammengesucht, um dieses Manöver ordentlich zu planen und natürlich durchzuziehen. Yo, wo soll ich anfangen? Gerade eben noch in New York, die Rennmaschine von Ken Block zusammengeschustert, klingelt mein Telefon. Marcel, profitlich am Apparat. Er meinte nur, Digga, komm über den Teich, hier läuft eine ganz große Nummer. Ich meine sieben Sachen gepackt, in den Pfleger, zack, rüber. Der Stunt sollte bahnbrechend werden. Die Anforderungen an die Maschine, extrem hoch. Angelehnt an Fahrzeuge, wie von Travis Pastrana, Evil Knievel oder James Bourne, wollten wir ein Biest entwickeln. Ein Stuntmobil, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Der Tag war gekommen. Alles war vorbereitet für die 100-Abo-Challenge. Alle hatten sich vorbereitet für meine Challenge. Feuerwehrmänner, Rettungsschwimmer, Choreografen, sogar meine Mutti hat mir noch was zum Essen vorbeigebracht. Selbst ich, der schon viele Manöver hinter sich hatte, merkte die Anspannung in sich. So ein Manöver hatte ich noch nie vorher versucht. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Viele meiner Abonnenten waren zum Bootshafen gekommen, um dieses Spektakel sich anzuschauen. Wo was ich? Wo-o, wo! Wo-o-o! Wo-o! 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 Ah, geil, Mann! Mein Name hat gesagt, bestes Trick hast du schon gewonnen. Das war's für mich. Ich habe mich. Ich bin überlegend. Untertitelung des ZDF, 2020